Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute ist es mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke für über ein ganzes Jahr hier auf YouTube. Die Zeit rennt immer schneller. Die Videos werden immer mehr. Mittlerweile sind wir bei über 365 Videos. Das heißt, im gesamten letzten Jahr gab es keinen Tag, an dem wir kein Video hatten. Doch was besteht uns im neuen Jahr vor? Also das neue YouTube-Jahr, was haben wir hier vor auf dem Kanal? Wir haben natürlich vor, hier definitiv die Qualität ein bisschen zu verbessern. Demzufolge haben wir auch eine neue Telefonanlage für den Kanal hier angeschafft. Das ist auch nur aufgrund von euch möglich, aufgrund der Kanal-Monetarisierung und aufgrund der nervigen Werbung, die wir hier haben. Das Projekt Callcenter-Abzocke verschluckt mittlerweile schon ein bisschen Geld im Monat für die Telefonanlage, für die vielen, vielen Rufnummern, die wir besitzen und, naja, eben jetzt auch für das neue Telefonsystem. Geplant war hier eine Unified-Telefonanlage, die leider in Deutschland aufgrund des Krieges derzeit überhaupt nicht zu bekommen ist. Und, naja, aufgrund der deutschen Gesetze eigentlich auch sowieso nie in Deutschland selbstbestellbar war, sondern nur eben im Ausland. Und derzeit bekommt man diese Telefonanlage nur in Russland. Da es hier nach Russland leider momentan das Problem gibt, dass man nach Russland keinen Euro bezahlen kann, eher ist es halt leider nicht möglich gewesen, das begehrte Objekt zu bekommen. Nun ja, ist aber auch nicht so schlimm, denn Zeiten verändern sich und Technologie, die hört natürlich auch nicht auf zu wachsen und wird auch besser. Und, naja, da haben wir eben jetzt eine Telefonanlage gefunden, die es uns ermöglicht, die Telefongespräche direkt in der Leitung aufzuzeichnen, statt auf dem Gerät. Ist natürlich viel intelligenter und viel praktischer, so braucht man halt keine nervigen USB-Stecker mehr, keinen Lautsprecher mehr und ich bin eben auch mit dem Kanal hier nicht mehr auf das Endgerät angewiesen. Von daher möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken, dass ihr so fleißig kommentiert, die Daumen nach oben gebt und die Videos teilt und natürlich nicht zuletzt auch die Videos anschaut. Denn, naja, ohne euch wäre das Projekt hier definitiv in diesem Umfang nicht mehr möglich. Nun bestand das letzte Jahr doch mehr aus Quantität als Qualität. Das ist natürlich aufgrund der Masse der Anrufe auch irgendwo nachvollziehbar. Ich wollte natürlich immer alles möglichst schnell auch online bringen, was so im Telefon so passiert ist. Und, naja, sieben Tage die Woche ein neues Video ist natürlich schon mega aufwendig. Dafür muss man natürlich auch jede Menge Zeit aufwenden. Und, naja, wenn die eben begrenzt ist, dann leidet die Qualität. Ganz klar. Aus diesem Grund wird es auch ab jetzt weiterhin Videos geben, nur etwas weniger als sonst. Das heißt, es wird statt sieben Tage die Woche nun nur noch fünf Tage die Woche ein Video geben. Hiervon verspreche ich mir, dass sich die gewonnene Zeit in die vorhandenen oder noch übrig gebliebenen Videos eben stecken kann und hier mehr Aufwand betreiben kann. Natürlich wird es hier nicht von jetzt auf gleich sofort eine riesengroße Änderung auf dem Kanal geben, dass man sagt, oh, das ist ja ein ganz anderer Stil. Natürlich nicht. Erstmal brauchen wir natürlich irgendwann auch noch einen neuen Computer, da das mit dem Videosrendern so eine Sache ist. Es geht allerdings nicht mit so flüssigen 60-FPS-Videos, wie man sich das ja bei anderen YouTubern anschaut. Aber grundsätzlich geht es ja hier bei uns auch eher um Hörspiele. Man kann jetzt hier nicht viel sehen, allerdings soll sich hier natürlich auch nach und nach ein kleines bisschen was ändern. Und auch die Techniken, wie ich die Videos quasi zubereite, sollen sich nach und nach ein Stück verändern. Auch hier natürlich nochmal keine Versprechung, dass es morgen gleich losgeht und ab morgen alles total anders ist auf dem Kanal. Das wäre übertrieben und auch ich muss einfach an meinen Aufgaben wachsen. Und dafür seid ihr natürlich wie immer in den Kommentaren gefragt, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht, was ihr so denkt, wie ihr die Videos findet. Das wird natürlich jederzeit berücksichtigt. Positives Feedback ist natürlich immer gern gesehen. Allerdings positives Feedback verändert den Kanal nicht. Das heißt, wenn ihr negative Ideen habt, was den Kanal verbessern könnte, also quasi Kritik äußert, das ist grundsätzlich immer das, was am besten in den Kommentaren ist. Denn nur aus Kritik kann man natürlich auch irgendwas verbessern. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr die Nadel im Heuerhofen suchen sollt oder im Ozean. Grundsätzlich geht es einfach nur darum, dass wir hier natürlich das Projekt immer ein Stückchen weiter verbessern wollen, um die Qualität Stück für Stück eben auch wachsen zu lassen. So wie, ja, ich selbst in dem ganzen Projekt hier. Nun war es ja bisher so, dass wir sieben Tage die Woche ein Video hatten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gab es immer ein ganz normales Video mit meinen Einsprechern dazwischen. Am Samstag gab es die Kakerlakenparty als Hörspiel. Das heißt, die Zusammenfassung von Montag bis Freitag aus der vergangenen Woche mit den Videos, die wir hatten, beziehungsweise den Telefongesprächen, nur eben nochmal ohne meine Zwischensprecher. Und am Sonntag gab es bisher immer ein Informationsvideo mit wichtigen Informationen rund um den Kanal oder eben aus der Betrugswelt. Nun hatte ich ja auch gesagt, so viel wird sich erstmal nicht verändern. Das bedeutet, wir schrauben das Videovolumen von sieben Videos in der Woche nun auf fünf Videos die Woche runter. Das heißt, zwei Tage die Woche müssen wir uns streichen. Das heißt, wir nehmen den Dienstag und den Donnerstag aus dem Programm, sodass Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag wie gewohnt um 20 Uhr ein Video veröffentlicht wird. Montag, Mittwoch und Freitag, die ganz normalen Telefongespräche mit meinen Einsprechern dazwischen. Am Samstag gibt es weiterhin ein Hörspiel, eben nur nicht mehr bestehend aus fünf Tagen, sondern aus drei Tagen. Und sonntags wird es auch weiterhin zunächst erstmal ein Informationsvideo geben rund um die Betrugswelt und was sonst noch so da draußen in der Welt so los ist. Und auch die YouTube Shorts sollen ein kleines bisschen Zuwachs bekommen. YouTube Shorts sind sowas wie TikTok-Videos oder diese Instagram-Videos, die man so vielleicht kennt. Also einfach Kurzvideos mit lustigen Inhalten oder ja, trotzdem auch informativen Inhalt rund um den Betrug. Kurzvideos soll es wie gesagt zusätzliche auf dem Kanal geben und diese werden ja erstmal sporadisch nebenbei weiter hochgeladen, so wie es bis jetzt auch der Fall war. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen um den Kanal machen und auch nicht darum, dass der Kanal vorzeitig irgendwann ganz plötzlich verschwindet. Ich meine, man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt, aber grundsätzlich ist das nicht der Plan. Der Plan ist einfach, den Kanal weiter auszubauen und dafür brauchst du einfach Veränderungen. Schade ist es, dass wir uns nun natürlich nicht mehr jeden Abend hier im Chat sehen werden, zu der Premiere von den Videos, sondern eben nur noch dreimal die Woche. Aber das heißt ja nicht, dass der Kanal weg ist. Es gibt halt einfach nur ein bisschen weniger. Ich denke, das tut allen auch ein bisschen gut, nicht immer nur die gleichen Inhalte zu hören. Vielleicht auch trotzdem, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ja ein bisschen aufgelockert. Man wird nicht mehr jeden Abend mit einem Video zugeballert, aber naja, es sind ja trotzdem noch fünf Videos die Woche. Nur also beschweren können wir uns da, glaube ich, immer noch nicht. Und ich denke, die Qualität, die wird sich darüber auf jeden Fall freuen. Natürlich wird das hier auch nicht die letzte Veränderung von dem Kanal sein. Es gab ja zwischendurch auch schon die ein oder andere kleinere Veränderung. Das wird natürlich auch weiterhin so sein. Der Kanal, der soll hier natürlich wachsen. Das soll ein ernstzunehmendes Projekt werden, dass wir Menschen darüber informieren, was es so für Betrug auf dieser Welt gibt. Hauptsächlich momentan natürlich übers Telefon, wo aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass wir das ein oder andere Mal über andere Betrugsmaschen informieren werden, die es eben auch noch rechts und links nebenbei gibt. Ich hoffe, dass wir alle mit der neuen Veränderung ganz gut leben können und dass natürlich keiner böse ist, dass es jetzt weniger Inhalte auf dem Kanal gibt. Ich habe mir die Frage sehr, sehr lange gestellt, ob ich vielleicht nicht einfach weniger Videos machen soll. Es gab dazu auch unter dem Community-Tab auf unserem YouTube-Profil auch schon vor einiger Zeit mal eine Art Umfrage. Die ergab tatsächlich auch das Ergebnis, was wir jetzt so angestrebt haben, nur noch fünf Videos die Woche zu machen. Überwiegend wollten die meisten trotzdem sieben Videos die Woche. Naja, aber ihr merkt, es ist nicht einfach, das Pensum zu halten. Und nach 365 Tagen, oder nun mittlerweile mehr, sind mehr als 365 Videos hier auf dem Kanal. Das ist schon eine Hausnummer, die man erstmal auf Dauer so auch beibehalten muss. Aber wie gesagt, das schafft man einfach nicht, wenn man nebenbei noch arbeiten möchte und ja auch noch ein Privatleben hat. Ganz logisch. Von dem her, denke ich mal, wird uns die Veränderung hier auf dem Kanal nichts Schlechtes bringen, sondern vielleicht auch erst mal sogar gut tun, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video jetzt nicht allzu sehr enttäuscht habe und dass ich euch trotzdem noch als Zuschauer begrüßen darf. Wer möchte, kann natürlich gerne alle anderen Inhalte von diesem Kanal gerne weiterhin teilen. Wenn du zufrieden oder eben nicht so zufrieden bist, kannst du jetzt hier die Like- oder Dislike-Funktion verwenden. Auch wenn ihr nicht mehr die Dislike seht, dafür hat sich leider YouTube entschieden, ich sehe sie trotzdem und kann damit quasi euer Empfinden dazu als Reaktion werten. Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe natürlich, euch weiterhin hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren interessanten Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.